Ja Mensch, da ist es Donnerstag, Mensch, da ist es der 18. Januar und Mensch, da gibt es doch schon wieder eine neue News über den Landwirtschaftssimulator, aber diesmal über den 17er und nicht über den 19er. Denn Giants hat heute offiziell angekündigt, LS17, Roba DLC und offizielles Addon 2 demnächst verfügbar. Und Giants schreibt selber, ich lese das jetzt mal von hier vor, wir haben zwar auch eine E-Mail gekriegt, allerdings war die in Englisch und Google ist nicht der beste in Übersetzen, da kam absolut nur Kauterwelsch raus, Roba DLC für PC, Mac, Playstation 4 und Xbox One. Schon bald wird der Landwirtschaftssimulator 17 noch umfangreicher, denn die lange Liste bekannter Hersteller wird nun um Roba erweitert. Das Roba Pack bringt 6 beeindruckende neue Fahrzeuge und Gerätschaften ins Spiel, die ein noch umfangreicheres Spielerlebnis schaffen werden. Der DLC ist ab dem 13. März für Playstation 4, Xbox One, PC und Mac verfügbar. Zugleich folgt auch das offizielle Addon 2 für den PC. PC-Spieler haben zusätzlich die Möglichkeit, diese neuen Fahrzeuge und Geräte im stationären Handel zu erwerben, da der Roba DLC ein Bestandteil der DVD-Box des offiziellen Addons 2 ist. In der Box enthalten sind folgende bisher für das Spiel enthaltene Packs, was den Spieler Zugriff auf insgesamt 38 zusätzliche Fahrzeuge und Geräte für den Landwirtschaftssimulator 2017 und den Landwirtschaftssimulator Platinum Edition gibt. Das Roba Pack, das Coon Pack und das Big Pat Pack. Für PC-Spieler, die es lieben, eigene Inhalte zu schaffen und dem Spiel hinzuzufügen, legen wir mit dem Addon auch die E-Book-Serie Farming Simulator Modding für Dummies und der Art of Modding als PDF-Version bei. Außerdem gibt es eine Reihe von Tutorial-Videos, die dir zeigen, wie man den eigenen Mod Schritt für Schritt erstellt. Erstellt euch eure eigenen Fahrzeuge, Maschinen, Felder, Plätze und teilt eure Meisterwerke mit der Community. Das Roba Pack DLC steht ab dem 13. März 2018 als digitalen Download für PC, Mac, Playstation 4, Xbox One zur Verfügung. Das CSC ist auch im Playstation 4 und Xbox One Season Pass enthalten. Das Roba DLC wird auch im Landwirtschaftssimulator 2017 offizielles Addon 2 einen physikalischen Einzelhandel erhalten sein. Bitte beachte, dass das Basisspiel von Landwirtschaftssimulator 17 oder Landwirtschaftssimulator 17 Platinum Addon erforderlich ist, um das DLC zugreifen zu können. Das war definitiv ein Satz. Also, wir halten fest. Es bekommt ein Roba DLC, beziehungsweise das Roba, was wir auf der ARK Techniker sehen konnten, kommt noch für den LS17 raus. Es wird insgesamt sechs neue Maschinen geben. Weitere Infos, welche genau, gibt es noch nicht, wird aber später folgen. Zusätzlich kommt das offizielle Addon 2 raus. Was nur so viel heißt, die Leute, die sich alle DLCs einzeln gekauft haben, werden dann nochmal kräftig in den Hintern genommen. Aber so war das halt immer. Wer länger wartet, spart am Ende im Vergleich zum Einzelkauf. Die Consoleros haben es natürlich besser in dem Fall. Ist ja selten der Fall. Die, die den Season Pass haben, für euch ist das DLC, für das Roba DLC ebenfalls kostenlos. Und, äh, ja, für uns wird es, ja, was kosten. Wie viel genau, steht noch nicht so genau fest. Ich meine, wir können ja mal hier in der DLC gucken. Doch, 7,99 Euro. Und da haben wir doch auch gleich noch die Übersicht. Alles klar. Habe ich nichts gesagt. Wir haben den Roba Tiger 6, eine Rübenerntemaschine mit insgesamt 768 PS, 40 kmh, Maximalgeschwindigkeit und 43.000 Liter. Dazu kommt das Roba RR XL 9X45, auch ein Aufsatz mit Rübenaufsatz mit 4 Meter Arbeitsbreite. Dazu der Roba Transport Trailer, ein Schneidwerkwagen, wäre jetzt gedacht. Ähm, die Roba Kyler 2, das ist eine Kartoffelerntemaschine mit 150 PS benötigte Power, 2 Meter Arbeitsbreite sowie 10.000 Liter Kapazität. Und die Roba Maus 5, ebenfalls noch für die Rübenernte geeignet, 354 PS und eine Arbeitsgeschwindigkeit bzw. Maximalgeschwindigkeit von 40 kmh. Ja, gut, das ist schon mal recht schnieke, schnieke. Also wir haben einen Rübenerntor und noch eine dementsprechende Maus dazu, inklusive Schneidwerk und Transportwagen. Aber auch noch einen Kartoffelerntor, der jetzt aber aus dem ersten Blick nicht gerade viel anders aussieht, als wie der, der am Spiel ist. Nur irgendwie in Gelb, aber ey, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Das Ganze wird 7,99 Euro kosten, könnt ihr auf der offiziellen Farming Simulator-Seite vorbestellen. Mit Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, Banküberweisung, Telefon, in Klammern Festnetz, Handypay oder Paysafe-Card. Joa, sollte alles gesagt sein. Was haltet ihr davon? Ja, Hurra oder eher, hmm, oder, ja, kann man machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo gegebenenfalls war es noch nicht geschehen, weil bei mir bekommt ihr solche Infos immer relativ früh, weil ich nichts zu tun habe. Kappa. In dem Sinne, bis zum nächsten Infovideo, meine Freunde. Peace and out.